ja jo leute hallo und herzlich willkommen wieder hier auf meinem kanal dommelwurz und heute seht ihr mal wieder seit ganz ganz langer zeit ein fifa video von mir und zwar einen goals compilation ich habe mir gedacht ich ja schnell erstmal wieder wieder zusammen weil ich habe so viel aufnahmen noch von ultimate team und diesem wm modus ich habe mir gedacht so wie ihr es gerade hier schon seht steckt mal wieder wieder zusammen und hau es einfach raus mal schauen wie es ankommt und ja hoffe ihr liked das video falls ihr kein video mehr verpassen wollt abonniert den kanal abonniert die glocke weil ja gerade so ein bisschen wieder die abo box spinnt und ähm ja dann würde ich mich freuen wenn ihr einfach ein abo da lasst und man sich bald wiedersehen in einem anderen video zb im call of duty video oder in einem battlefield video und genau das war's also von meiner seite ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen bis zum nächsten mal leute ciao Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020